Servus beieinander. Jetzt nochmal ein anderes Thema und zwar Fidget Spinner. Kennt ihr das hier? Das seht ihr überall bei den Kids in der Hand. Eigentlich ist es nichts Schlimmes, aber jeder das kennt, jeder das zuhause hat bei seinen Kids, denkt sich immer an, wie oder was mache ich damit, wenn das Ding rumliegt. Meine Antwort dafür, ganz einfach, guckt doch mal hier, mit der Papa auch seinen Spranzel. Fidget Spinner, Schrauben ziehen, Abdeckenrotter, Kugellager raus, Kunstbohrer, Kunstbohrer aufsetzen, Bosch 18 Volt Gerät. Jetzt hier Stufe 1 dosierbar. Welche Fidget Spinner kann ich denn so langsam drehen? Kann ich das hier irgendwie hoch? Bosch Drill Power Fidget Spinner. Mit LED Beleuchtung, wie geil ist das denn? Ne, natürlich nur Spaß. Auch wenn es sich gefällt, wie gesagt, könnt ihr immer wieder kommentieren, wenn es euch nicht gefällt oder abonnieren. Wenn ihr das noch nicht abonniert habt, den Kanal unten, einfach mal abonnieren. Ciao.